Willkommen zurück zu einem neuen Part von Monster Hunter 2 mit den Aldi Brüdern und dem Damager, dem wir schon was verfrüht machen. Alles gut durchgeplant. Geht es den anderen gut? Gucken wir erstmal direkt. Milo hat wieder gesunkene Verteidigung. Wir müssen mit unseren Diamants haben. Eigentlich auch ein bisschen sparsamer. Hau rauf! Hau rauf! Hau rauf! Hau rauf! Hau rauf! Aber ich musste gerade erstmal Milo supporten. Ja, da liegt er. Das ist geil. Jetzt auf den Tail. In der Hoffnung, dass wir den abkappen können. Das ist auch cool. Man kann aus dieser Quest, kann man so ein Löwen langen Schwert, kann man da bekommen. Ne, Löwen-GS. Nicht langen Schwert. Ist das gut? Ja, das hat schon was. Ich weiß jetzt nicht, warum der mich nicht getroffen hat. Weil du unter ihm standst und der Strahl aus seinem Mund rauskommt. Und wenn du am Hals stehst, trifft dich der nicht. Ja, das war aber trotzdem. Das war mir. Scheiße! Mann, das hat weh. Das war mir trotzdem was zu knapp. Habe ich nen Lebenspulver. Ja, hast du. Die anderen haben nämlich auch Schaden. Klären wir das auch gleich mal. Boah! Boah! Boah, glaubt mir Leute, dieser Angriff, wo der so einfach nur beißt. Und das im Rage. Und das im Rage. Und das im Rage. Weil sobald du andere, andere Leute retten willst, wirst du selbst okay. Also. Scheiße, Milo geht's schlecht. Ähm, Lebenspulver? Ja. Verballert doch nicht so unser Lebenspulver. Der ist gelähmt. Er wird auf jeden Fall. Das ist auch mit dem... Hä? Hat der nicht gerade das Fleisch gegessen? Der war doch gar nicht gelähmt. Hä? Hm. Okay. Versteh ich jetzt nicht. Entschuldigung. Vielleicht klappt das doch. Das muss eigentlich immer klappen. Scheiße. Leute, Vorsicht vor dem Angeln. Ihr seid so schnell down. Äh. Ernsthaft. Ah, hier liegt ja noch ne Falle. Ja, ja. Ach, aber das ist blöd. Der ist ja im Rage. Warum komm ich nicht durch? Du brauchst das wieder immer. Den Rage braucht der... Da bleibt der einfach nicht so lange drin in der Falle. Ja. Ja, cappen. K. A. B. Ja, okay. Ich halte schon mal ne Falle parat. Ich nehm mal... Okay, iCAP. Ich halte meine Pokébälle bereit. Was für ein Pokémon könnte der eigentlich sein? Äh. Keine Ahnung. Ich hab mich für Pokémon nie so richtig interessiert. Ist wohl auch. Mir fällt keins ein. Okay. Ab dem neuen Pokémon. Irgendwie ab... Desen DS. Los Pokéball! Yeah! Unser erster Damage. Das war's. Und wir haben... Wie lange haben wir gebraucht? So, äh. Für diesen Part jetzt. Wir haben 13 Minuten plus 3 Minuten. Plus dreieinhalb Minuten haben wir... Ja, sechzeinhalb Minuten. Ich würd sagen, sehr gute Arbeit, Leute. Das war 1A. Das war alles sehr gut durchgeplant. Das war... Das war Teamwork. Perfekt. So muss das laufen, Leute. Ja, genau. So. So macht man einen Damage. Alles schön. Durchplanen. Durchplanen. Und... Ein bisschen supporten. Ist eigentlich jemand sterben gegangen? Nein. Keiner. Nirgendwo. Wir haben gutes Teamwork gemacht. Stimmt. Damageo Hout. Damageo Hout. Damageo Hout. Damageo Hout. Damageo Schuppen. Damageo Kralle. Löwenkönigssiegel. Das braucht man für das GS. Oh yeah. Damageo Scalp. Und Damageo Hout. So, wer hat das noch rein? Nix fest. Ich glaub für heute ist gut. Ja. Ja. Ähm. Wir haben leider kein Teilcard geschafft, aber das ist ja nicht geschehen. Aber neuer Rekordhauer. Ja, unser erster Damageo. Sehr schön. Ja. Leute, ich bin stolz auf euch. Ja. Respekt Leute. So, wir zeigen euch noch das GS, was man hier bei der Quest bekommen kann. Paarling? Ich glaub ne. Ja, das war ein E-Mail. Achso. Ich wollt grad sagen. Ich glaub bei der nächsten Farm Session wird's heißen. Können wir Damageo machen? Ich seh's schon kommen ey. Ne, aber ähm. Sehr schön, dass ihr das auch so gut geklappt hat. Weil wir hatten hier einmal Leute, die halt noch nicht über Jäger um 50 sind. hatten wir zwei Leute, davon hat er eine Person noch nie in Joe gemacht. Und der hat sich eigentlich ganz gut geschlagen, ne? Wollte einmal ein bisschen klapp oder zwei Mal? Hier Löwenfluch. Schauen wir uns das mal an. Wo. Okay. Was hat bestimmt, ähm, Drachen, ne? Hm? Hat das Drache? Äh, ja, ich mein schon. Löwenfluch. Moment. Machen wir uns das? Ne, es hat dann nicht mal ein Element und 960. Ja, stimmt. Das hat mit Erwachen hat das Drache. Richtig. Ja, mal gucken. Aber ansonsten, sieht geil aus, ne? Weil, kann man nicht so, wie man so, wie man so, wie man so. Können uns vielleicht, kann man die Rüstung? Was und Helm noch nicht? Ah, hier, Wengis. Das ist die Joe Rüstung. Ja, die Wengis Rüstung. Die in den Fähigkeiten. Hunger. Da, Hunger. Die Hungerfähigkeit. Okay, was bringt Hungerfähigkeit? Also, das ist eine negative Fähigkeit in dem Fall, dass die Ausdauer schneller sinkt. Ah, so, das heißt, du hast mehr Hunger und brauchst mehr Fleisch. Genau. Mehr Rationen und so. Hier so mit Gürtel und Hüftrigen und boah, fette Eier. Und solche Sachen. Ja, könnte man sich hier jetzt auch schon zusammenfahren. Boah, guck mal, die Beine. Das sieht so fett aus. Oh, ja. Mit dem Roten, ne? Mit so Blitzen. Mit Knieschleifern fürs Motorradfahren. Ja. Und alles. So. Sieht schon mega aus. Ich würde dann aber sagen, das war's für heute. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Oh ja, wir haben vier Quests geschafft, ne? Oder? Vier Quests. Ja, klingt nicht so viel, aber... Es waren vier gute Quests. Qualitativ war's schon auch. Wir haben jetzt eine Stunde gespielt, vier Quests. Wir haben für Rathja, haben wir ein paar, circa zehn Minuten gebraucht. Und dann für den Joe zwei und, also ein Part und dann noch ein Schnibbel-Part. Dafür hatten wir wohl ein Part hier, als du den Gobul gemacht hast innerhalb von fünf Minuten. Ja, okay. Und dann hatten wir noch den Barot, der ging aufschnittlich. Das kommt alles schon so hin. Ich würde dann mal sagen, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich fürs Zusehen und für eure Aufmerksamkeit und, ja, für viele zahlreiche Kommentare, die ihr schreiben werdet und Daumen hoch und alles. Und wir sagen dann, dass ihr auch beim nächsten Mal hoffentlich wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, jagen und gejagt werden. Ja. Wobei, wir jagen nur, wir werden nie gejagt. Also, bis dann und tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.